Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bei uns im Adventskalender. Auch wir machen einen Adventskalender für euch und jeden Tag öffnen wir bei Facebook und natürlich auch bei uns auf der Webseite ein neues Türchen und verlosen ganz, ganz viele tolle Sachen. Gutscheine, Geschenke, richtig tolle Warnwerte. Wir sind ganz stolz darauf, dass all das möglich ist und wie ihr teilnehmen könnt, ist ganz einfach. Ihr kommentiert dieses Video unten und ihr wisst, an dem Tag, wo ihr teilnehmen wollt, müsst ihr das Video kommentieren. Das bedeutet, wollt ihr alle 24 Türchen am Gewinnspiel teilnehmen, da müsst ihr 24 Mal dieses Video kommentieren. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück und vergesst nicht, hier draufklicken, um den Channel zu abonnieren. Das ist natürlich kostenlos und hier seht ihr ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.